Die Zahl 600 bedeutet den Verlust von Geschwistern, Freunden und Bekannten. Als ich 15 war, hatte ich Suizidgedanken. Deshalb helfe ich heute Jugendlichen in ähnlichen Situationen. In meinem Umfeld sind zwei Menschen durch Suizid gestorben. Und ich habe mir Vorwürfe gemacht, weil ich nichts dagegen tun konnte. 600 junge Menschen unter 25 Jahren nehmen sich in Deutschland jedes Jahr das Leben. 10.000 sind es insgesamt. Aber das weiß kaum jemand. Wir wollen das ändern. Deshalb starten wir gemeinsam mit vielen Freunden und Partnern in Berlin die Aktion 600 Leben. Und tragen so dazu bei, dass Suizide verhindert werden. Dafür brauchen wir deine Hilfe. Komm am 10. September um 14 Uhr zum Brandenburger Tor und bring deine Freunde mit. Werde Teil von 600 Leuten, die am Weltsuizidpräventionstag dafür sorgen, dass das Thema Suizid kein Tabu bleibt. Melde dich gleich an und sei dabei, damit nächstes Jahr weniger Menschen durch Suizid sterben. Wir freuen uns auf dich. Werde innerhalb ft. Untertitelung des ZDF, 2020